Heute ist der 15. Dezember und jetzt schauen wir an Stiefel Nummer 15, was da schönes drin ist. Und zwar einmal die Vulkangeister von Komet. Das sind die Gruselfeuer von damals, oder nicht Geisterfeuer hießen sie. Sehr schöne Teile, machen immer wieder Spaß und eine Packung Silberkreisel. Auch sehr schöne Teile und da lassen wir uns mal überraschen und viel Spaß bei der Zündung. Die beiden Silberkreisel. Wirklich schöne kleine Drehdinger, machen echt Laune. Und ein zweites, die Vulkangeister. Oder auch Gruselfeuer, oder nicht Geisterfeuer oder was auch immer. Neins. Dann können wir da noch Zweiten. Haben halt eine schöne Brenndauer geteilt. Schönes Knattern. Vierter. Zuerst du? Zuerst du? Wie soll das denn? Das vermutlich, dass der Lärm. Das sollte nicht sein. Nimm das los. Zuerst du. Aber dann vermutlich, dass der Lärm. Nimm das Kasten. Nimm das Öl. 1, 2, 3, 4, und für euch noch die Nummer 5, der ist erschwert. Und da hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, also morgen und tschüss.